Ashley Graham und Justin Familienplanung abgeschlossen Für Ashley Graham, 35, und ihren Ehemann Justin Erwin, 32, sind ihre drei leiblichen Kinder offenbar genau. Wie das US-Model nun verraten hat, hat ihr Liebster eine unkomplizierte Vasektomie hinter sich gebracht. Wir sind im vollen Vasektomie-Modus. Er schießt jetzt mit Platzpatronen, sagte sie im Milktrunk, The Podcast über den chirurgischen Eingriff zur Sterilisation ihres Mannes. Graham erklärte weiter, dass der Eingriff für Männer so einfach sei und dass ihr Mann schon kurz danach wieder auf den Beinen war. Justin ist gleich danach mit mir shoppen gegangen, scherzte sie. Etwas ernster fügte sie hinzu. Dass er danach nicht das Bett hüten, sondern die entsprechende Stelle nur kühlen musste. Ashley Graham drückte zudem ihre Freude darüber aus, dass sie nach Erwins Routine Eingriff keine Verhütungsmittel mehr nehmen muss. Ich muss keine Pille mehr nehmen, sagte sie und fügte hinzu, Gott sei Dank. Das Köffer-Girl des Ports Illustrated sprach über die Fruchtbarkeitssituation ihres Mannes. Nachdem sie erst gescherzt hatte, noch ein Kind zu wollen, bevor sie dann aber bestätigte. Definitiv keine weiteren gemeinsamen Kinder willkommen heißen zu wollen. Graham und Erwin sind Eltern des dreijährigen Isaac und der einjährigen Zwillinge Malachi und Roman. Ich bin der Duden. Ich bin der Duden. Du mehrere Dante printre Dalea culte. Incerc flow-uri sute la show-uri. Uite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu. Grafărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic avezi tu. Am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe. Mafia, paraziții, dragonul Maxi, Gespe. Chimie, Rimaru, Spike, Pui, Asi, Shua, Pou. Grasul, nimeni altul, Telvetesau, Carpo. Trebuie să... Să vă mulțumim pentru vizionare.